Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMA. Khabib Nurmagomedov hat seinen Schweigen gebrochen in Bezug auf Tony Ferguson. Das ist einfach so interessant, weil Khabib hat seine Karriere schon längst beendet. Tony Ferguson war wohl, glaube ich, nach Conor McGregor der größte Rivale, den Khabib jemals hatte, bei einem Kampf, der niemals zustande gekommen ist. In diesem Sinne hatten die wirklich eine krasse Rivalität und eine krasse Geschichte in der UFC und hat sich natürlich nicht rausgenommen, jetzt darauf zu reagieren. Aber erst mal hat er auch mal den Kampf Charles-Willi-Vader vs. Justin Gaethje Revue passieren lassen und seine deutliche Message an UFC-Boss Dana White gesendet und ihm hier auch eine harte Ansage gemacht in diesem Sinne und hat etwas gefordert von ihm. Denn er sagte, gibt es derzeit wirklich einen interessanteren Kampf als Islam gegen Charles in der UFC. Bringen sie einfach die Kämpfer, die beiden, Islam und Charles-Willi-Vader, am 22. Oktober in Abu Dhabi zusammen und der undisputed Champion in der UFC soll endlich herausgefunden werden, soll ermittelt werden. Und das ist ein kranker Kampf. Wir alle wünschen uns, dass dieser Kampf wirklich zustande kommt. Einfach Khabib gegen Tony Ferguson nur in brutaler, in der Neuzeit, beide in ihrer Prime. Ja, sozusagen könnte man es vergleichen. Charles-Willi-Vader ist aber ein komplett eigener Typ. Ich habe so Bock, diesen Kampf zu sehen und ja, wenn Charles-Willi-Vader Islam besiegen sollte, dann muss Khabib zurückkommen. Ich sage euch ganz ehrlich, dann muss er zurückkommen und zeigen, was Sache ist. Also das ist wirklich eine ultrageile Sache. Ja, und dann werden wir natürlich sehen, wie der Kampf ausgeht. Kann auch sein, dass Islam ihn wirklich finischen wird. Charles ist auch tough. Charles ist richtig gut. Und ja, ansonsten hat er auch auf den Kampf von Tony Ferguson natürlich reagiert, auf den brutalen Knockout, den Michael Chandler ihm zugefügt hat mit diesem Frontkick, welcher einfach der brutalste Frontkick war, den man jemals gesehen hat. Das war einfach ein cleaner Frontkick-Knockout, Freunde. Einfach unnormal, muss ich an dieser Stelle wirklich so sagen. Khabib hat wirklich ein krasses Statement veröffentlicht und Ferguson auch da ein bisschen kritisiert und hochgenommen. Hört euch das gerne an, was er hier zu sagen hat. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Er sagte, alles hat seinen Platz und seine Zeit. Wenn du das verstehst, hast du Glück im Leben. Aber wenn du glaubst, dass du noch lange in diesem Game bleibst, bist du irgendwann erledigt. Und das Schlimmste ist, wenn deine Prinzipien deiner Gesundheit schaden und du es dann so einfach auf lange Zeit verbaust. Junge Kämpfer müssen folgendes wissen, dass sie keine langfristigen Pläne für ihre berufliche Laufbahn machen sollten. Und das in der UFC oder beim Kämpfen allgemein. Denn alles kann sich an einem Tag ändern. Man muss immer wissen, was man nach der Karriere machen will, wie man sein Leben bestreiten will und wie man vorankommen will. Das sind die Aussagen von Khabib Nurmagomedov an Tony Ferguson. Er ist, wie gesagt, aus dem Krankenhaus entlassen, hat keine bleibenden Schäden. Aber ich denke, Khabib will hier damit auch deutlich sagen, dass die Karriere von Ferguson vorbei ist. Und ich habe das in meinem Video auch gesagt. Und viele von euch sagen, was laberst du, was für Karriere ist vorbei von Tony Ferguson. Alter, wenn du so K.O. gehst, in den vorherigen Fights schon immer auf dem Boden erledigt wurdest und dominiert wurdest, davor auch im Stand wirklich brutal zugerichtet wurdest, wie kannst du sagen, dass es dann noch weitergeht mit der Top-Elite? Ich denke, die Karriere ist vorbei. Würde ihm noch einen geilen Money-Fight, beispielsweise gegen Nate Diaz wünschen oder gegen Cowboy kämpfen oder was auch immer. Schreib mir auch mal in die Kommentare. Lass ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May. Bis zum nächsten Mal.